Ich hätte hier noch Süße und Kartoffelsalat. Was? Was? Ich hab nur nicht bezahlt. Das ist normal. Ey Pole, komm her, komm her. Da ist der Christian, der lebt. Na siehste, guck mal mein Schatz. Die haben sie es genau richtig gemacht. Das ist richtig. Jetzt zieh ich meine Weste nicht. Ich hab meine Weste jetzt nicht dabei an. Alter. Cool. Echt cool. Respekt. Alter, du hast uns alle geschlagen. Ihr seid alle Kome. Super, komm her mal Schatz. Komm her, ich will küsse. Wicker Kuss. Kopf los. Komasaufe. Komasaufe. Hallo. Hi Leon. Cool, 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 cool. Ihr habt genau das Richtige gemacht. Sag mal, wie schrecklich siehst du da aus? Bist du skalpiert worden? Genau wie du. Hast du Kaffee hier? Alter, ich soll mir gerade filmen. Wer fehlt denn auch? Ingo. Ingo, Bingo. Wir haben uns auch noch gar nicht richtig gegrüßt. So. Hallo. Marco. Wo ist denn dein Bart eigentlich? Ich glaube, was bist du denn? Aber hier ist mein Bart. Ingo. Ich will Kuss. Ja, mit dem Bart ist irgendwie alles einfach doof, ne? Jetzt ist das mit deinem Auge. Dann geh mir vor der Schnute. Hat keiner Brötchen mitgebracht? Hast du deinen Ring? Du hast keine Brötchen mitgebracht, hä? Du hast keine Brötchen mitgebracht? Was hast du denn gesagt? Äh. Fingerlinger Stenie. Das war Fingerlinger Stenie, war das. Wie heißt das noch? Aber, it's cool, man? Ja, ja, genau. Hey, habt ihr alle euren Ring an? Verkehrt herum. Junge mit Droge. Ehrlich. Wo ist sein Ring? Im Auto. Ja, der liegt auch gut. Ja, ich hab den immer beigab. Okay. Oh, ein Stadtmensch. Ja, ein echter Bart. Ey, wir sehen jetzt ja richtig gleich aus hier. Guck mal, macht mal alle ihre Köppen. Guck mal, alle Köppen. Jungs, drehe ich mal jetzt zu mir. Der sieht doch normal aus da, der Humane. So ein Safety. Was will er jetzt machen? Ja, genau so. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Jetzt fehlt der natürlich wieder.